moin se meine freunde und herzlich willkommen zurück zum supermarkt simulator auch schon der erste kunde des tages so da wollen wir doch mal schauen ja eine woche jetzt nicht gespielt ich habe keine ahnung mehr wo ich bin ja in vier stunden dafür in dreieinhalb stunden muss diese folge hier oben sein ich habe heute etwas verpennt ich habe heute sehr viel zu tun gehabt habe komplett vergessen aufzunehmen auch gestern vorgestern hatte ich keine zeit und auch keine lust ich wollte mal ist hier freiheit genießen deswegen war ich draußen unterwegs und ja jetzt rächt sich das weil ich nämlich keine ahnung mehr habe was ich zuletzt getan habe oder was getan werden muss mal hier gucken mal was ist denn mit mir los hier was was habe ich denn hier gemacht hier stimmt ja gar nichts mehr huiuiui hier wow was geht denn mit mir ab jede habe ich gemacht oder falsche richtung hier können wir hier haben wir hier könnten wir mal einen dazu holen hier oha das stimmt denn nicht mit mir was habe ich getan oha okay jetzt mal gucken okay das brauchten wir jetzt so jetzt einmal zurück uha okay das ist perfekt zack 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 okay und du auch noch so super zwei aufstocker habe ich durch die mal arbeiten lassen ja oder mit erst gehe ich hier rein und drück mal auf das y damit eine sachen ordentlich gemacht wird auch sitzt anscheinend okay ja dann dürfen sie auffüllen und leute ihr seid auch nicht leben wie die tiere arbeitet mal was und ich habe mir jetzt vorgenommen ich werde kleine kühlschränke hier zwischen stellen die nehmen nicht so viel platz weg ja da ist da nicht so viel lücke zwischen ne genau das werde ich machen das ist halt nur die hälfte aber das macht nichts da werde ich mal gucken entweder offscreen oder okay hier kommt noch einer da muss einer hin hier brauchen wir ein paar mehr weiß ich was da mit dem hähnchen jetzt ist ja das wird okay ne das habe ich schon hier hähnchen genau so okay was war das für komisches geräusch gerade okay irgendwas bei steam war das keine ahnung ich werde die auf jeden fall einfach mal arbeiten lassen ach so ich habe hier neuen kram gekauft nein du penner warum machst du das was soll denn das so dann mache ich das da halt rein okay so 2400 zum nächsten ausbau war glaube ich 11.000 oder so ne das ist ganz schön heftig ach nee das ding äh lizenzen hier wachstum jo 11.000 halleluja hier könnte ich noch den dritten kassierer einstellen brauchen wir jetzt nicht lager 2250 nö rechnungen haben wir nicht das gut okay das kann anbleiben da sind schon wieder welche leer keine pommes mehr schon wieder ein hähnchen hier pizza kaffee aber die leute kaufen ja wie bekloppt da sind zwei stück hinter okay hier könnten wir noch mal einen holen und hier das zuckerzeug jo passt ne passt fackelt und hat luft hier so da haben wir genug okay also kaufen 463 gut oh das dunkel draußen ich hab doch angst im dunkeln ich bin auch noch klein so okay ja das sieht ganz gut aus und kleine kühlschränke passen auch besser hier rein wir nehmen nicht so viel platz weg dann hab ich links und rechts noch ein bisschen mehr platz so diese dieses zeug irgendwas hatte ich da doch stehen ne was warst du denn egal ist voll wo gehört der denn hin wo gehört denn dieses fleisch hier hin komm wir gucken mal ich glaube ich hab dafür kein platz mehr im regal gehabt kann das sein hier ist nur toilettenpapier oh oh also wenn das zeug jetzt aufgefüllt werden müsste ist das nicht möglich weil kein regal nicht wahr oh okay dann zurück Leute komm kauft mal ein bisschen schneller ich muss zumachen so wenn jetzt noch jemand hätte reingewollt hat er Pech gehabt ich schraub keine Zeit für sowas wo müssen hier eine mücke drinnen an jedem fenster ist Fliegengitter und ich habe auch eine Fliegengittertür was soll denn der Mist so sieh zu dass du rauskommst jetzt hier ich dachte noch einer okay sieht aus wie fertig ja gut dann können wir den Tag einmal beenden 4124 jup sehr schön Kommes sind runter gesetzt wir setzen sie doch mal hoch oh sind oben okay mehr brauchen wir dazu nicht ähm was wollte ich jetzt haben genau ein neues Regal hier hinten Möbel komm wir machen mal zwei wir sind ja nicht so wir haben es ja dicke okay jetzt mal raus und Regal so wo stellen wir das hin hier hin oder besser so rum so rum ist besser das passt so nicht so ist das nicht gut hä er kommt egal so das da rein ähm und du jetzt noch zack und du kommst direkt daneben was ist das jup okay hier kommen wir auch gut durch perfekt so hier Wasser oh es ist leer habe ich Wasser jetzt reingenommen habe ich dort reingenommen können wir mal ganz kurz gucken drei Sachen habe ich genommen jetzt wie so zweimal Wasser willst du mir das erklären achso deswegen ah okay aber das ist nicht beides dasselbe deswegen mach das nochmal raus Freundchen also eins zwei drei okay davon davon können wir noch ein bisschen was davon machen wir mal hiervon machen wir mal hier brauchen wir mal zwei zwei da haben wir das nicht habe ich gar nicht drauf geachtet der nimmt das Wasser mit hier haben wir gemacht oh da können wir ja mal ein paar dazu ballern oder schon wieder leer okay da geht's was haben wir hier mhm okay das geht hier haben wir jup hier packen wir vielleicht nochmal zwei Stück rein oder so achso mhm hier kommen nochmal zwei da kommt nochmal einer ja ich würde sagen das passt dann erstmal 1400 ui da ist dann nix mehr mit ähm nächste Stufe ausbauen beziehungsweise nächste Lizenz ey dein ernst äh wo ist er denn ach da habe ich mich gerade schon aufgeregt boah penner voller penner so und jetzt die noch nö ach verarschen kannst du wen anders blöder penner was ist mit dem äh regal ist voll die regal ist voll oh ja gut dann äh kommt das erst mal noch da ähm ja das ist echt blöd wenn die immer noch am aufstocken sind und du weißt nicht was da äh Sache ist so aber es sieht wieder knuffig aus wieder schön voll das ist das Fleisch was ich da liegen habe genau okay dann schauen wir doch nochmal schauen wir doch nochmal schauen wir doch nochmal ein letztes mal hier da könnten wir was von holen Pola könnten wir holen das könnten wir holen hier einmal der passt bestimmt dahinter oder so ja ich denke oh hier gucke mal das das habe ich jetzt wieder gar nicht drauf geachtet ja das müsste jetzt aber passen so 2100 haben wir noch knuffig und du noch weg komm hast du noch danke schön so okay meine Freunde dadurch dass ich ein wenig in Stress bin in zeitlichen verändere ich die Folge heute in meinem Minütchen früher ich wünsche euch alles Gute genießt alles was ihr habt wenn es euch gefallen hat lasst doch gerne Daumen nach oben da diese komplette Folge kommt jetzt erstmal wieder der Supermarkt Simulator und nächste Woche dann wenn ich nichts Neues gefunden habe bis dahin kommt wieder der Center Station Simulator so darauf könnt ihr euch freuen lasst ein Kommi da natürlich und ein Abo damit ihr auch schön weiter freuen könnt auf das nächste Spiel beziehungsweise die nächste Woche damit ihr nichts weiter verpasst ist das natürlich auch eine gute Möglichkeit ja genau und das war's von mir und tschü